Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Gutscheincode, heute zu sehr sehr später Stunde. Aber yay, ich kann endlich nochmal einen Gutscheincode verkünden, der Starcoins bringt. Juhu! Und zwar bekommt ihr 100 Starcoins einfach mal so obendrauf, wenn ihr den Code Southhoof eingibt. Damit feiern wir so ein bisschen die Südhoof-Halbinsel und die neuen Welsh-Ponys. Vielleicht reicht es ja jetzt bei euch, wenn ihr euch einen Welsh-Pony kaufen wolltet. Ihr spart sie oder vielleicht habt ihr auch ganz ganz andere Dinge damit vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gutscheincode. Ihr wollt wissen, wie man einen Gutscheincode einlöst? Dann klickt doch einfach das linke Video an. Ihr habt einen Gutscheincode verpasst und wollt schauen, was es so alles gibt? Kein Problem. Dann klickt einfach auf den Schriftzug Gutscheincodes in der Mitte. Und rechts findest du meine Let's Plays zu Starstable Online. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal.